sieht man schön den bauch aus der kamera sieht man jetzt schön den bauch ich hab einfach keine kraft mehr hä wir wollen 5 tage fahren oder? ja halbe tage Achtung der ist ein bisschen rutschig ich musste vorher fahren eigentlich cool gemacht ein easy drop für die Leute die anfangen wollen mit Norshaw fahren eigentlich voll die easy Norshaw war das drop? ne ne ok die Abzweigung bin ich noch nicht gefahren hajo da waren sie alle oben aber man kann theoretisch hier in der Mitte einfach durch es wird schlecht wenn man es vorher nicht sieht hier fährt man nochmal rechts das ist mir leider zu spät eingefallen ist hier eine Biene bei mir? was? ne ich sehe nix hier fährt irgendwas drin not crazy eben ist was raus geflogen ja da ist eben was raus geflogen da ist irgendwas drin da hat immer mehr gebrrrr ja irgendwas ist hoch an den Baum gerade geflogen weiß nicht was war Biene oder so von der Größe her her die wolltest halt n Nest bauen man ich bin heute morgen aufgestanden ich ziehe meine Socken also wenn ich meine Socken anziehen hab die zum Glück eh auf links gedreht gehabt drehe den einen auf rechts ziehe den an drehe den zweiten auf rechts springt auf einmal eine Spinne raus so ne kleine dicke und dann springt die unter das Bett direkt und gehe da drunter und du weißt ja wie hoch mein Bett ist das heißt ich habe ungefähr so viel Platz um da irgendwie dran zu kommen um die weg zu machen und die ist natürlich direkt in die Mitte gegangen jetzt stelle ich meine Schuhe immer irgendwo oben auf den Koffer oder so ja das war's erstmal morgen schauen wir je nach Wetter was wir machen so morgen ich glaube zwischen 6 und 13 Grad oder so es werden und regnen aber sag mal so mir ist das relativ den anderen zwar nicht schauen wir mal ob wir dann hierher kommen Lilling machen oder ja Green Hill gehen Green Hill auf jeden Fall noch geplant äh heute ist Donnerstag wir sind Freitag Samstag Sonntag noch hier Sonntag ist Abreisetag ja schauen wir mal was wird was wird was wird jetzt weiß ich was die meinen hier ist echt abfuck man also da ich weiß nicht was jetzt das Problem war aber die ganzen Wurzeln haben mich halt ein bisschen da war mehr Bremse als alles andere gerade im Spiel ab hier müsste eigentlich wieder besser werden ich irre mich da kann man eigentlich einfach laufen lassen ich trete lieber mal ein paar mal mehr rein ja der war easy die Startfin weiß nicht wie man die fahren soll aber ich hab die noch nie hinbekommen ja hier war ich letztes mal zu schnell und da war ich auch zu kurz letztes mal das weiß ich nicht warum ich kann es nicht sagen das ist jetzt nochmal so ein Highlight für heute Abend das ist hier auch noch gefahren denn oder was so ein mehr war poll war Ich bin voll idiot vor mir, Alter. Ich war sehr gesinnig, ich bin immer im Arsch hängen, Alter. Der guckt dreimal nach hinten, man. Und der tipps halt einfach weiter, wie ein dumm kommt. Ich werde das einfach mal vorbeilösen können. So verdient, Alter. Ach, Dessert. ...so verdient des Reis. Wenn dein Ego einfach zu groß ist, dann... Lass es doch nicht! Verstehst du nicht? Oh, Team Rändler, ey! Der eine ist mir so auf die Nüsse gegangen, die geben denen keine blaue Flagge. Ich habe ihn auf der Geraden dahinten angeschoben und irgendwann habe ich ihn da in der Kurve voll weggepumpt. Ich habe ihn irgendwann weggepumpt. Der guckt dreimal nach hinten, der sieht dreimal, ich hänge ihn am Arsch. Er kriegt auch einmal eine blaue Fahne und ihn juckt es nicht. Die Nummer 1, Nummer 3, keine Ahnung. Nummer 1 ist Nummer 1. 14 war so ein kleiner Butchi und 11 war der andere. Und nachdem weiß ich nicht. Eine Woche Training und er ist weg. Eine Woche Training und er ist weg. Ja, ich habe auch nicht trainiert. Wann bist du das letzte Mal gefahren? Irgendwann letztes Jahr. Ich war 20 Jahre. Du bist auch fett, deswegen bleibst du überall in den Kurven und kannst schön den Grip holen. Ja, 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 ja. Ohne Aftung. Können wir jetzt endlich losfahren oder was? Ja. Ah, endlich. Ah, das war jetzt gut. Ja, das ist gut. Ich bin gut. Danke. Das ist echt räudig, also musst du wirklich reinhalten. Aber da unten ist so viel Mappel, Alter, wenn du da wegkommst. Ja, 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 ja. Es ist einfach, einfach. Nein, 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 nein. Es ist einfach, einfach die Backbrake und lass es schlafen. Du gehst mit einem großen Backbrake? Nein, ich werde es nicht machen. Okay. Ey. Halt da lieber an, da ist der rutschig. Toll. Ich wollte unbedingt noch eine Dusche nehmen. Sieht nur ein bisschen rutschig aus. Also ich würde wirklich genau da reinfahren. Oh, fuck. Ja. Hängen geblieben. Das war's jetzt. Wir fassen ab. Wir hätten theoretisch noch zwei Fahrten. Wir haben jetzt jeder... Ich glaube sechs. Fünf oder sechs Fahrten. Sechs Fahrten, die jeder gemacht hat. Zwei sind noch übrig. Aber das reicht. Wir fahren mal gediegen nach Hause. Das sind ja auch nochmal drei Stunden. Und wir gehen jetzt vorher nochmal in die Ferienwohnung. Restliche Zeug holen. Und nochmal schön duschen. Und dann langsam fertig machen. Vielleicht noch irgendwo was essen. Und dann drei Stunden nach Hause. Ich hoffe euch hat's gefallen. Aufnahmen von Green Hill. Waren glaube ich ein bisschen Boden gefilmt. Wildingen auch. Die erste Winterberg Club auch. Aber ja. Dafür jetzt die hier. Mal gucken was ich davon nehme. Also bis dann. Ciao.